Das sagt sich so leicht, dieses Scheiß doch auf andere. Das steht ja auf jeder zweiten Spruchkarte, egal was andere denken, zieh dein Ding durch und so weiter und so fort. Ich bin voll davon überzeugt und ich glaube mehr Hardcore als viele, viele andere oder die meisten anderen, weil du musst nämlich definieren, wer sind denn die anderen. Ich glaube, den meisten Leuten ist es nicht wichtig, was irgendwelche wildfremden Leute auf Social Media oder im Internet sagen oder keine Ahnung was. Viel wichtiger ist den meisten Leuten ja, was denkt denn dein unmittelbares Umfeld? Das sind die Leute, die wirklich in deinem nahen persönlichen Umfeld sind. Das sind deine Freunde, das ist deine Familie, das ist dein Partner oder Partnerin, Kinder von mir aus, was weiß ich denn was, Freunde. Das sind Leute in deinem ganz nahen Umfeld. Und wir haben uns normalerweise daran gewöhnt, dass wir von unserem nahen Umfeld akzeptiert werden. Wir haben uns da auch daran gewöhnt und sagen, wir sehen das sozusagen als etwas Wertvolles an und das will man beschützen. Und wenn man jetzt mit einer neuen Idee irgendwo rauskommt, nimm mal deinen, was weiß ich, deinen Partner oder deinen besten Kumpel oder wie auch immer und du sagst, ich habe eine neue Idee, ich will das jetzt machen und so weiter. Und der sagt dir dann, nö, das geht ja gar nicht. Also sowas entweder, was weiß ich, ideologisch, wie kannst du nur, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass jemand wie du sowas macht. Die eine Sache. Die andere Sache, ich sag mal so, Erpressung von wegen, nein, du hast eine Verantwortung, du musst hier deine Familie, du musst uns, wir haben ersten Vorrang, bla bla bla. Ja, oder andere Sachen, irgendwelche an und vorgeschobenen Sachen. Jedenfalls sind das die Sachen, mit denen du umgehen musst. Und dafür haben die meisten nicht die Eier, auf ihr Umfeld zu scheißen. Und da gehört eine wirklich große Portion Selbstakzeptanz dazu, zu sagen, hey Umfeld, ich habe meine Lebensträume so, ich will was erreichen, ich will was machen, ich will stolz auf mich sein und auf das, was ich erreicht habe oder hinterlassen werde. Ich kann leider auf deine Befindlichkeit in dieser Hinsicht keine Rücksicht nehmen. Wenn das für dich ein Grund ist, mich zu verlassen, mich zu entfreunden, wie auch immer, dann sei es so. Finde ich schade, aber dann ist dieses Band wohl nicht stark genug gewesen. Und da entscheidet sich dann natürlich auch so ein bisschen, wer ist eigentlich wirklich, wer ist eigentlich wirklich in dich investiert oder wer will nur von der Zeit profitieren, solange sie einfach und angenehm ist. Das ist ja nun leider auch ein Vorwurf, den man zurecht machen kann, dass viele Menschen eben nur in guten Zeiten, aber nicht in schlechten Zeiten, mit jemandem gehen. Sie, diese Laura Müller, blödes Beispiel jetzt, ich habe es nur vorhin in der Klatschpresse gesehen, dass sie ja zu ihm hält, obwohl sie Millionen Verluste erträgt. Aber muss man ihr ja dann sicherlich zugutehalten, wenn das dann auch alles ernst gemeint ist, dass sie auch die schlechten Zeiten, weil jetzt der gute Mann was sagt, was nun gar keinem gefallen hat oder wenigen gefallen hat, dass man da dann trotzdem zu ihm hält, zu seinem Partner hält. Und das ist ein starkes Band, muss man sagen. Wie gesagt, wir wissen nicht, es ist nicht aller Tage Abend, aber Status Quo finde ich gut. Braucht man Eier für. Und ja, aber das ist eben, da trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn die Leute sagen, ja scheiß doch auf andere. Ja, auf wen denn? Auf wen traust du dich denn zu scheißen? Und das ist ein wirkliches Lackmustest bei ganz vielen Menschen, weil du riskierst ja auch was. Du riskierst ja auch vielleicht alles, was du gerade hast für deine neue Idee oder für dein Vorhaben oder du willst deinen Job kündigen. Nehmen wir mal ein blödes Beispiel, ja. Du bist irgendwo Geschäftsführer, verdienst 12.000 Euro im Monat und sagst jetzt zu deinem Umfeld, scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich weiß, ich habe ein großes Haus, ein großes Auto und nicht Verpflichtungen, aber ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr. Ich will jetzt etwas anderes machen, ich will Zukunft gestalten. Dann schau mal, wer da so zu dir hält und wer sagt, du, wir schaffen das notfalls, ziehen wir irgendwo in eine kleine Baracke und überleben erstmal ein paar Jahre. Aber Hauptsache, es geht mit deinen Wünschen weiter. Das ist doch geil, oder? Leichter gesagt als getan. Überschreiben wir es mal so. Gr contingabonniert.